Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Wahrscheinlich hier reingerannt, konnte dann nicht das Gleichgewicht halten, ist volle Kante gegen den Spiegel geballert. Was haben wir denn hier? Blutflecken. Ja, das würde ich auch mal sagen, hat er recht. Das sieht nach Blutflecken aus. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Entweder Schlüssel vergessen oder mal eben schnell auf der Flucht noch was ausrauben. Man weiß ja nie. Guck mal hier, was ist da? Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Ich wollte gerade sagen, wenn er dagegen gerannt wäre, wäre er eine ganz schön große Person. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Ah, das kann auch sein. Wahrscheinlich eher rausgefallen, weil er durch die Tür, wo wir gerade rein sind, ist er definitiv reingekommen. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Wolltest du dich noch ein bisschen rauben, wo wir schon mal da sind? Was haben wir denn hier noch? Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Da. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Da ist auch das passende Messer. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Gehen wir mal weiter. Verschlossen. Kein Schlüssel in Sicht. Gehen wir nicht weiter. Habe ich noch irgendwas übersehen? Wir gehen noch mal zurück. Hier war jetzt kein Balkon oder sowas. Ich will da jetzt nicht rausspringen und dann sterben wir. Das wäre natürlich nicht so sonderlich schlau. Habe ich in der Ecke noch irgendwas übersehen? nö ah Gerald, Hilfe auf die Sprünge. Ach da, das Juwel. Wertvolles Juwel. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Beauty. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf. Und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da. Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Sonst wäre das Juwel vermutlich weg. Gut, kombiniert. Ein bisschen Detektiv ist da dann doch immer wieder drin, ne? Moin. Das ist also der vierten Leser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. So sah das aus. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt. Setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ist das diese Dame, die nicht eine Maske trägt, weil das ihr gehört, dieses Gebäude? Das war sie, glaube ich, ne? Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir. Also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... Fiel aus dem Fenster. Genau. Okay. Es war jetzt nicht gerade unleicht, sich ihn anzugreifen. Gerald erstmal noch so einen kleinen Profi-Schnack raushauen, ne? Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Da muss ich dir jetzt aber recht geben, ne? Der Dieb... Ich glaube, ich weiß, was er wollte. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja. Er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Hm. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Okay. Das war's schon. Warum ist dieses Juwel so wichtig? Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Ja, das sieht eindeutig nach dem Juwel aus. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also... Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Schon wieder... Wir sind wieder da, wo wir waren. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser, zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Duntin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Sieht ganz danach aus. Duntin? Was ist das? Duntin? Ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ademata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Hm. Ich verstehe. Das ist immer eine gute Kombination. Ich muss mich umsehen und sehen, was ich finde. Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht. Erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Dürfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Jo, ist okay. Jo, ist auch hier okay. Willst du, du Nervbolzen? Okay. Was hältst du von Oriana? Oriana. Oriana. Was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Ja, sie ist etwas speziell. An der Zeichnung kommt mir was bekannt vor. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Also doch die gleiche Spur. Hinter den Morden des Biest stecken. Sondern auch den Sangreal gestohlen haben. Und das Herz von Toussaint haben wollten. Ganz schön fleißig. Das Juwel. Beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es... Es könnte auch ganz was anderes sein. Oh oh. Jetzt packt sie aus. Wie meinst du das? Meine Schwester Sianna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie... Sie hat den Hof verlassen als wir Kinder waren. Meine Eltern verbanden sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Und warum wurde sie verbannt? Naja, da ist auch schon die Frage. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sianna war... ...verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Flucht der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert. Weggestoßen. Geächtet. So ein bisschen hexermäßig. Diana hatte es wohl nicht leicht. Sie... Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt. Verletzt. Und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sianna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Das ist schon ganz schön arschlochmäßig. Muss man sagen. Schließlich verbanden sie sie aus dem Palast. Vor über zehn Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Okay. Denkst du, sie hat was damit zu tun? Meinst du wirklich? Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sianna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes, kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder er zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt. Verlorenen Luxus wünscht. Hm. Könnte sein. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sianna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat. Ihr darf nichts geschehen. In welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ich werde dafür sorgen, ich kann nichts versprechen, wenn die da komplett am Ausrasten ist. Ne? Leider kann ich ihre Sicherheit nicht garantieren. Besonders, wenn sie für diese Verbrechen verantwortlich ist. Hexer, das war keine Bitte. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung. Du in Buclea? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef von der Ehreteilung. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Uhrzeiten könnte man sagen. Okay. Ist sie etwa auch eine von denen? Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar... Freunde? Das überrascht dich. Machen wir das mal so. Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Lass dich nicht täuschen, liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Hm. Du hast gesagt, dass sie ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen? Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüber zu stehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch zu reden. Hm. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Hm. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Das ist gerade eine ziemlich geile Szene hier. Würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Eine sehr coole Szene. Sehr, sehr cool inszeniert bis jetzt. Gefällt mir. Das wird auch wieder sehr geil geschrieben. Eine außergewöhnliche Unterhaltung. Findest du nicht auch? Ja. Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlef einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlef ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und ihn niemanden mehr umbringen musst. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Oriana, woher kennst du sie? Oriana, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt. Noch vor dir. Und bevor sie sich in Buclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Ist es wirklich nur Zufall, dass ihr hier seid? Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Hm. Hm. Ich weiß, wo die Erpresser sind. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Duntin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlef davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlef hier bleiben, wenn ich nach Duntin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut. Ich kümmere mich um Detlef. Viel Glück, mein Freund. Genau. Beschäftige ihn mal ein bisschen. Wir machen uns dann gleich auf. Das ist wirklich wunderbar, Detlef. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Wir haben auch kein Wein mitgebracht. Bei der alten Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis. Galant wie eh und je. Schon so kleine Schömehörige. Und wie so bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe. Sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Du hast besondere Freunde. Dieser Detlef. Ein wirklich interessanter Mann. Das kann man wohl so sagen. Aber jetzt machen wir erstmal hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs zu sehen. Ihr habt ja den Haar gehört. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und werden dann weiter mit ihr hier schnacken. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.